Meine Damen und Herren, seit heute Morgen, 6 Uhr, laufen an Rhein und Ruhr landesweite Einsätze gegen kriminelle Mitglieder von einer bekannten Kleinfamilie in Nordrhein-Westfalen. In einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf haben Ermittler des Landeskriminalamts sowie Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei insgesamt 31 Objekte durchsucht. Das sind Häuser, Wohnungen, Büros, Geschäftsräume, unter anderem in den Städten Leverkusen, in Duisburg und in Düsseldorf. Grund für diese Exekutivmaßnahmen ist der Verdacht des bandenmäßigen Betrugs, des Sozialhilfebetrugs und der Geldwäsche. Ein zweites, weiteres Ermittlungsverfahren ebenfalls gegen einen Klamitglied ist bei der Staatsanwaltschaft Duisburg anhängig. Hintergrund hier ist ein Steuerverfahren, bei dem die Polizei unterstützt. Im Zuge dessen wurden ebenfalls mehrere Objekte, unter anderem in Duisburg, Leverkusen und Gelsenkirchen durchsucht. Zu diesem zweiten Ermittlungsverfahren kann ich aus Geheimhaltungsgründen allerdings keine näheren Angaben machen. Nur so viel, auch dieser Einsatz konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Insgesamt waren bei diesem Einsatz rund 600 Polizistinnen und Polizisten beteiligt, darunter Kräfte des Mobilen Einsatzkommendos, der Bereitschaftspolizei und der Spezialeinheiten. Es gab bei diesen Ermittlungen drei Ziele. Erstens, Haftbefehle zu vollstrecken. Zweitens, die Immobilien der Clans zu durchsuchen und so weitere Beweise zu sichern. Und drittens, Vermögen zu beschlagnahmen, das durch Straftaten erlangt wurde. Die Ermittler haben unter anderem mit speziellem Gerät Zugang zu einer Villa in Leverkusen sich verschafft. Dabei wurde unter anderem ein gepanzertes Fahrzeug benutzt. Und hier konnten vier Personen aufgrund von Haftbefehlen festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um den 46-jährigen Hauptbeschuldigten, dessen 42-jährige Ehefrau Sophie, die 24- und 28-jährigen Söhne. Meine Damen und Herren, das ist heute ein Schlag gegen die erste Liga der Clankriminalität. Bei dem 46-Jährigen handelt es sich um einen der absoluten Top-Leute der Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen. Wir haben hier heute nicht nur ein hochkarätiges Clam-Mitglied festgenommen, sondern ihm auch noch sein Zuhause weggenommen. Die Villa in Leverkusen, die wir heute Morgen durchsucht haben, die gehört schon in wenigen Stunden dann nicht mehr den Kriminellen. Heute Mittag werden die Ermittlungsbehörden mit dem Grundbuch zu Gericht fahren und lassen die Familie austragen und den Staat eintragen. Wenn das nicht zeigt, wie durchsetzungsstark und handlungsstark der Rechtsstaat ist, dann weiß ich das auch nicht mehr. Heute ging es, um es mal plastisch zu sagen, um mehr als um unversteuerten Tabak. Heute geht es den Clans an ihre Existenz. Wir sind in den vergangenen Monaten und Jahren den Clans ja Stück für Stück immer mehr auf die Pelle gerückt. Und ich habe immer gesagt, das geht nicht mit Simsalabim und so dicken Sprüchen, sondern das dauert. Da muss man Geduld haben. Und dass die Politik dieser tausend Nadelstiche nur eine Säule unserer Null-Toleranz-Strategie ist, aber eine nicht ganz unwichtige. Aber dass wir langfristig an die organisierte Kriminalität ran wollen. Wir wussten immer, dass wir einen langen Atem benötigen. Und heute zeigt sich einmal mehr, dass unser Weg richtig war und in Zukunft auch richtig sein wird. Sie können sicher sein, nach jedem Einsatz, der in den Medien bekannt wird, dringen unsere Ermittler noch tiefer in die kriminelle Struktur ein, in die kriminellen Sümpfe ein und auch in ihre finanzielle Schattenwelt vor. Übrigens auch beweisen die heutigen Ermittlungen, wie handlungsfähig der Rechtsstaat ist. Und noch mal, wir überlassen NRW nicht den kriminellen Clans. Ich möchte in diesem Zusammenhang all den daran beteiligten Ermittlerinnen und Ermittlern aus den unterschiedlichsten Behörden ein riesiges Lob aussprechen und mich sehr, sehr herzlich dafür bedanken. Da haben viele Spezialisten und Analysten unserer Kriminalpolizei in den letzten Monaten und Wochen systematisch die DNA der Kriminellen entschlüsselt und sind tief in die Keimzellen ihrer Struktur vorgedrungen. Das ist Polizeiarbeit, auf die man stolz sein kann und auf die auch ich stolz bin, und zwar jeden Tag heute allerdings ganz besonders. Ich hoffe, Sie haben Verständnis, dass ich mehr dazu jetzt nicht sagen kann. Ich kann das nur politisch im Moment bewerten, denn es wird heute eine Pressekonferenz der Behörden geben im Landeskriminalamt um 14 Uhr. Und bei dieser Pressekonferenz werden dann sicherlich noch viele Details bekannt gegeben. Aber ich wollte schon, dass Sie frühzeitig auch die Dimension dieses Vorgangs heute einschätzen können, einordnen können. Es ist schon ein sehr großartiger Tag für die Polizisten in Nordrhein-Westfalen im Kampf gegen Clankriminalität. Und der ist noch nicht zu Ende. Ich habe immer gesagt, was sich 30 Jahre entwickelt hat, geht nicht in fünf Minuten wieder wegzuschaffen. Das wird lange, lange, lange dauern. Wir haben viele kleine Nadelstiche gesetzt. Wir haben manche größeren Erfolge erzeugt. Aber heute, das ist schon ein Riesending. Und ich hoffe, es wird nicht das Letzte sein. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten, dass Sie aufmerksam hier waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und weitere Informationen gibt es beim Landeskriminalamt. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön.